Und nun die Ergebnisse dieser Verhandlung. Da sind wir wieder. Die ehrenvolle Richterin Kim Palmer fragt den Vorsteher der Jury. Ladies and Gentlemen, der Jury, sind Sie zu einem Urteil gekommen? Der Forman antwortet, ja, haben wir, äh, sind wir, euer Herrn. Ähm, Gerichtsdiener, bitte bringen mir, bringen Sie mir das Urteil der Jury. Was da wohl rauskommt? Man bewegt dich, du Fettsack. Berichtsdiener, bitte lesen Sie das Urteil der Jury dem Gerichtssaal vor. Illegalisch zocken? Schuldig. Drogen, äh, ja, Drogendealen, schuldig. Versuchter Mord, schuldig. Und Mord, auch schuldig. Mr. Baines, bitte erheben Sie sich für die Urteilsverkündung. Haben Sie ein letztes Wort zu sagen, bevor ich das Urteil verkünde? Baines, Baines guckt dir direkt in die Augen. Nein, euer Herrn. Dann, und, dann, äh, flüstert er quer durch die Reihe. Bonds, du bist ein toter Mann. Ja, er guckt direkt zu uns rüber. Ähm, auf Baines starrend, ähm, sagt Judge Palmer, also die Richterin mit fester Stimme, Jesse Hiram Baines. Sie sind hierbei verurteilt, sie werden hierbei, hier, hierbei verurteilt zu, ähm, einer Gesamtsumme von 97 Jahren im State-Gefängnis, ohne die Möglichkeit auf Bewährung. Ähm, das, der Gerichtssaal explodiert in spontanem Applaus. Du, du lächelst, du lächelst breit, bis, ähm, bis du Baines eiskalten Blick siehst. Äh, du weißt, dass dein Leben noch nicht sicher ist vorm Death Angel. Ja, damit hätten wir den eingebuchtes drei Tage vergehen. Ähm, mit Baines sicher im Knast, äh, die, äh, ja, die Stadt Lytton ist wieder, ist wieder eine ruhige, friedvolle Community, befreit vom Griff des Death Angels. Ja, wir haben uns alle vorm Gerichtssaal versammelt. Nach der Parade, die Hauptstraße runter. Äh, der Bürgermeister Fuddrucker und Chief Whipplestick warten, äh, oben an den Stufen. Äh, während du durch die, die Parten von Ola Garde, die Irrengarde marschierst. Sorry Bonds, äh, liest der, liest der Bürgermeister vor. Als Bürgermeister würde ich Ihnen gerne die, äh, Wertschätzung der Leute von Lytton für ihre Arbeit für uns, äh, übermitteln und, äh, gebe Ihnen als Symbol unserer Dankbarkeit den Schlüssel zur Stadt. Vielen Dank, äh, Gratulation, Sie haben Police Quest durchgespielt. Ja, das war's. Sie sind ein wahrer Veteran, äh, ja, Police Officer und haben sich bewährt in Ihrer Ausübung der Pflicht. Wir hoffen, Ihnen hat das Spiel gefallen. Und wenn Sie Police Quest 2, äh, Police Questen mochten, stellen Sie sich ja auch die anderen animierten 3D-Spiele von Sierra zu spielen. Kings Quest und so weiter. Und die Just mit Larry haben wir ja schon gespielt. Ja, und nochmal Werbung. Und da kommt Marie. Mua, da gibt's noch ein Küsschen für Sonny. Oh, Sonny, mein Held! Ja. Liebe Freunde, das war's dann. Das war's. Äh, nicht speichern. Wir haben Police Quest durchgespielt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mal sehen. Vielleicht mache ich Police Quest 2 auch noch. Äh, seht dann nämlich, wie es hier weitergeht. Aber ich weiß noch nicht. Vielleicht machen wir ja erstmal die anderen Let's Plays fertig. Die ja noch aufstehen, wie... Commander Keen und The Clue. Und natürlich Donkey Kong Country 2 mit Steffi. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst in einem anderen Let's Play mal wieder. Ja, und dann sage ich erstmal Tschüss und bis dann! Bill Maatschekiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskik